Ich glaube, der Fritz, der stand hier an der Stelle. Der Schacht, der zu dem Zeitpunkt wirklich noch auf war. Kannst du eben den Kampfer mal reinhauen. Boah, da kommen Erinnerungen hoch. Ewigkeit gefettet. Ist da ein Kot? Ich bin da voll reingelaufen. Dieser Geruch ist so heftig. Fritz ist fasziniert. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, am Titel heute wird es ein bisschen... Es wird nicht ganz so spektakulär. Doch, es wird spektakulär, weil es geht eigentlich auch um so eine kleine Renaissance wieder. Einen Blick in die Vergangenheit. Ich habe vor einigen Jahren, als der Fritz noch Lost Places gemacht hat. Und vielleicht schaut er gerade zu. Liebe Grüße gehen raus an dich. Sind wir auf einer Schachtanlage gelandet, die gerade sich im Rückbau befand. Und jetzt sind einige Jahre vergangen, Leute. Und jetzt ist halt echt dieses Vorher-Nachher-Ding ziemlich krass. Ich bin... Ihr seht, ich lächle, weil ich mich tierisch freue, hier zu sein. Dieser Geruch ist einzigartig. Und einfach diesen Flashback jetzt nochmal live zu erleben, im Gegensatz zu früher. Also viel Spaß mit dem Video. Es wird ganz ruhig. Es wird jetzt nicht rumgekichert. Das ist halt wirklich eine Zeitgeschichte. Zeitgeschichte? Kann man es sagen? Zeitzeuge? Kann man es so sagen. Doch, ich war Zeitzeuge. Ist schon eine große Veränderung. Krass, oder? Ja. Warst du auch hier, als das Ding noch geleuchtet hat? Nicht kurz danach. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ist eine Zeche. Da, wo wir uns gerade befinden, ist ein riesengroßer Schacht. Eine Art Fahrstuhl. Korb nennt man es in der Fachsprache. Und da geht es dann halt so bis zu 1700 Meter, ist ja der tiefste in Deutschland, 1700 Richtung Saarland. Da geht es auf jeden Fall richtig tief runter. Hier ging es um die 1000 Meter, ein bisschen über 1000 Meter runter. Und da hat man dann Kohle abgebaut, die man dann hier oben für die Kraftwerke benötigt hat, damit wir alle Strom haben. Wird heute natürlich vielleicht lieber aus dem Ausland gekauft. Ob es richtig oder falsch ist, keine Ahnung. Aber wir sind jetzt nicht hier über politische Themen zu diskutieren, sondern einfach mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Und einfach damit, mit diesem Video auch zu zeigen, wir sollten den Bergbau in diesem Land hier nicht vergessen. Ja, Schachthalle. Genau. Wundervoller Schacht da vorne. Das ist echt gemein dazu, im Vergleich zu früher zu zeigen. Früher war hier alles hell beleuchtet, jetzt ist die einzige Funzel hier mein Eis. Ich würde da mal hingehen in die Richtung. Das ist heftig, ne? Ja. Das ist heftig. Vielleicht kriegt man auch zum Laufen. Wir müssten demnächst dann bei Lost Places einfach Aggregate mitnehmen und irgendwie den Strom anzapfen, dann leuchtet man. Wieder einspeisen dann. Das wäre halt. Das ist auch sehr geil. What is it? Tonbischer. Aber das ist ein spezieller. Ist das so? Ja. Das ist ein Pütbischer. Ach, der läuft auf Druckluft. Der läuft auf Druckluft. Der hat gar keinen E-Motor, der hat einen Druckluftmotor. Speziell umgebaut für die Zeche, weil gerade Kohleabbau war ziemlich explosionsgefährdet. Und da hat man dann halt alle Geräte, die sonst elektrisch liefen, auf Druckluft umgebaut. Das ist schon cool, ne? Der Riemen ist Lagerstreck. Dreh mal daran. Das geht wie am ersten Tag. Weißt du warum? Ja, weil der Riemen fehlt. Weil der Riemen fehlt, aber trotzdem. Ist das noch gelagert, das Ding? Verrückt. Ein bisschen spielen, aber oh mein Gott. Wollte ich früher mal raus? Ich auch. Ich weiß nicht warum, aber das war immer so das typische Primo-Bilding, was jeder haben musste. Wahnsinn, ey. Kann das sein, dass das so… Sind das Holzräder? Ne, das sind, glaube ich, Plastikräder, damit die keine statische Aufladung haben. Das ist Holz. Oder? Das ist Holz. Nein. Das ist auf jeden Fall nicht das Originalrad. Betonmischer, fünf Minuten gefülltes Material. Was geht denn hier? Hier geht eine Treppe runter. Jetzt stehen wir da. Da gibt es ein geiles Bild, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich glaube, der Tritz, der stand hier an der Stelle, wieder mit so einer typischen Pose, wie der immer steht. Arme verschränkt, mit der roten Lampe auf dem Kopf und dann hat er den Schacht im Hintergrund. Ich muss mal gucken, ob ich das einfügen kann, das Bild, aber das ist wirklich spektakulär. Ja. Noch einen machen, noch einen machen. Ja, hier neben hast du noch einen Kreiselkipper, genau, und der stand hier und war dann so verschränkt. Und hier im Hintergrund war halt dieser, der Schacht, der zu dem Zeitpunkt wirklich noch auf war. Die sind nicht mehr original, die Gitter hier. Wo geht's da hin? Nicht mehr weit. Oh. Das war's. Ich meine, du kannst mal eine Rohre springen, ne? Was sind denn das für ominöse Schieber? Die sind so halbiert oben. Was soll denn da drauf? Die Lichtschranke darfst du nicht durchlegen. Das heißt, du kannst hier nur so rüber gucken. Du kannst hier mit deinem Kamera mal reinhalten. Lichtschranke. Geh mal mit deinen Armen oder deinem Kopf einmal ein bisschen näher noch hier ran. Ja. Oh, eklig, ne? Ewigkeit gefettet. Wahnsinn, ey. Guckt jetzt euch an, die Ausmaße. Trotz diesem popeligen Weitwinkel, die kommen gar nicht zur Geltung. Da, wo du jetzt stehst, könntest du gar nicht stehen, weil... Ich jetzt einfach fallen würde. Du würdest einfach fallen. Du wirst einfach weg. Jetzt im Auftrag hier des Herrn. Puh. Ist hier noch eine Brüstung um mich rum? Ne, ne? Ich bin unten, ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Genau, Leute. Da, wo wir stehen, das kann man schwer darstellen. Aber hier könnt ihr das sehen. Normalerweise ist der Schachtkopf hier rund. Da hinten kann man das vielleicht sehen. Genau. Manchmal ist der eckig, manchmal ist der rund. In dem Fall ist er komplett rund und da. Wo ich jetzt gerade draufstehe, ist alles zement. Die haben das Ding also komplett verfüllt. Die Träger, wie gesagt, sind für das Schachtgerüst, was uns jetzt hier oben drüber erwartet. Da hingen Seile dran. Da ging dann letztendlich der Korb, der Fahrstuhl nach unten. Genau. Ansonsten wäre das Ding jetzt hier nicht möglich zu zeigen. Das, was man jetzt hier sieht, was der Flo sieht. Hast du schon drauf gemacht? Ja, aber nicht viel. Einziehen. Oder? Ja. Kommen wir zurück zu dem Punkt. Diese dicken, fetten Rohre hat man hier eingesetzt, damit man immer noch die Möglichkeit hat, bis nach unten vorzudringen. Das sind GFK-Rohre, irgendein Composite-Zeugs, weil man Angst hat, dass wenn man die Pumpen abschaltet, das Ruhrgebiet dadurch, dass es so durchlöchert ist, absäuft. Und somit hat man immer noch so einen Plan B, falls halt mal knapp werden sollte in Sachen Wasser, dass man hier noch Pumpen nachträglich einsetzt und hier einen Wasserhaltungsstandort raus macht. Genau. Also quasi sich noch offen gehalten. Also ich glaube nicht, dass die Leute dann irgendwann in einem runden Korb runterfahren und dann nochmal Kohle abbauen. Mich würde wirklich interessieren, wie das da unten aussieht. Was glaubst du? Ich glaube unter Wasser, oder? Ja, meinst du, die haben das Ding einfach unten planend auf den Boden gekloppt und das war's? Oder was? Nee, das kommt irgendwo. Das kommt aus der Decke und dann seilt sie dich ab, wie bei... Ich meine, du hast ja auch nicht die Todesdeckenhöhe da oben. Bauzaun war das. Bauzaun war das. Also ich würde sagen, ja, hast du. Aber nur im Schachtbereich. Da hast du schon so, keine Ahnung, vier, fünf Meter. Aber im hinteren Bereich nicht. Deswegen, das ist wie bei Ghostbusters, wo du dann in diesen Slimer unten reingegangen bist, in diesen... Weißt du, wo der Vigo in der Kanalisation war? Mit dem Schleim, mit dem Pinken? Dann kommst du da durch die Decke? Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich hab so einen Bauzaun gehört. Ja, ich auch. Mach dich doch nervös? Ja. Ziemlich. Ziemlich? Da stehen da gleich 16 Polizisten draußen und holen dich oder was? Sollen wir mal gucken gehen? Ich mach mal die Lampe kurz aus, das wird spannend. Dieverfluchtezeche.de. Okay. Was ist da? Ich komm hoch. Genau, Leute. Ähm, damit die Leute bei einer Revision, bei einer Instandsetzung von diesem Schachtgerüst hier nicht in den Schacht gefallen sind, hat man diese Dinger hier runterklappen können. Als Schutzgitter, äh, als Schutzplatte. Damit das halt nicht passiert, genau. Genug von unten. Jetzt geht's wieder hoch. Alter, ist das hell, das scheiß Licht, ey. Okay. Oh Gott. Puh. Guck mal, fünfte Sohle. Konntest du anrufen. Bis nach unten. Wahnsinn, oder? Guck mal, vielleicht geht der Pferd noch hoch. Ja? Nee. Da tutet nix mehr. Das ist von mir geraubt. Ich wurde vergessen. Ich, ich erinner mich zurück, wo ich noch Lampenprüfung gedrückt hab und hier alles leuchtete. Das war richtig geil, ey. Zeit. Maschine Hand steht da. Sind die unten? Sag ich dir. Nein, warte mal. Ja, anyway. Was gibt's hier noch zu sehen? Genau. Schachtbereich, Leute. Ja, was ist denn? Ich hab jetzt mal zu. Ja? Und nicht hier an die Torrechen. Warum? Weil da ging die Sirene letztendlich. Hast du die geschoben, oder was? Ich hab die aufgemacht. Ich hab die nicht aufgemacht. Wir sind hier unten im Lichtschrank. Pass auf. Da darfst du nicht durchgehen? Da darfst du nicht durchgehen, dann geht der los. Theoretisch könnte man, das habt ihr vielleicht gerade gesehen, den oberen Bereich hier noch aufklappen, um Langgut runter zu lassen. Wie zum Beispiel Schutzschilder und der ganze andere Schnick und Schnack, der unter Tage geht. Da oben der Kran, der konnte verfahren werden und ist genau über den Schacht gefahren, damit man hier die Sachen einhängen konnte. Das heißt, Fahrstuhlkorb raus, zack, du hast das Langgut rein und ab nach unten. Ja. Aber man hat das dann nicht an dem Kran runtergelassen? Ja, nee. Genau, im Korb. Also man hat ja ein Endloseil auf dem Kran sein, ne? Genau, du hast ja den Korb abgemacht quasi und dann sofort daran runtergelassen. Oder unter dem Korb noch, je nachdem wie schwer das Material war, ne? Jo. Was haben wir hier noch? Einen Kreiselkipper? Das ist auch so ein Ding, das stirbt aus, ne? Ja, gibt nicht. Ich glaube, das hat man hier auch gar nicht bis zum Schluss genutzt. Wobei der sieht so versifft und so scheiße aus, dass der wirklich vielleicht bis zum Schluss liegt. Da drüben muss man noch ein paar Lohren stehen. Ich hoffe, was sagen wir morgen. Auch sehr geil. Da muss ich mal gucken. Schieben. Ja, Schäfer. Es riecht nach Pisse. Wegen dem Bakelit. Ich wollte schon sagen, das ist ein Wirt-Ding. Ne, ne? Snap er mal oder was? Das ist auch ein Wirt-Ding. Ne, aber wie hoch ist das? Das könnte ein Wirt-Ding sein. Cool. Boah, da hat sich ja noch einen Wolf gekabelt. Da kannst du mir sagen, was du willst. Was haben wir drin? Hey, Stromkabel sind weg, ne? Die Kupferschienen sind auch weg. Hey, hier hat man schon mal Gas gegeben. Ja, da hat man schon mal auf einen rausgehauen. Oh. Ist das Kot, oder? Flo? Ich weiß es nicht. Ich bin da voll reingelaufen. Ist jetzt nicht unmöglich. Es riecht aber nicht nach Kot. Ist das vielleicht fett? Nee. Doch, jetzt kommt der Kot-Geruch langsam durch. Hm, lecker. Schön. Gute New Balance-Schuhe. Wer New Balance-Schuhe kaufen möchte, Leute, ich verkaufe die. Gerne. Das stand davor, ne? Ich glaube, das ist draußen. Ja, ja. Aber da stand das vor, ne? Ja. Also wäre der einfacher Weg gewesen. Das ist die Kommunikation von unter Tage, glaube ich. Weil das sieht mir aus wie so eine Schachleitung. Hier, guck mal. Hier ist noch die Anschlüsse. Diese supergeilen, heftigen Verbinder. Ist das richtig? Ja, guck mal einer an da. Ch4-Messgerät da unten. Beziehungsweise Übergabepunkt. Guck mal. Mach mal aufhängen. Ach du Scheiß. Ja, geil. Richtig gut. Die Schränke sind allein schon sehr geil, ne? Guck mal, was hier drin ist. Was ist denn da drin? Die Last dran. Genau dieselben. Wie ich die habe in Halle, ne? Ja. Der Haufen Scheiße hier. Wahnsinn. Verrückt. Wirklich, Leute. Wirklich, wirklich verrückt. Und hier hat es schon keiner Gas gegeben, oder? Ja. Scheiß alten Automaten da drin. Ähm, genau. Ich habe mal ein Video hochgeladen. Auch von dieser Anlage hier. Da gibt es einen Skip-Turm. Der Skip-Turm unterscheidet sich von einem normalen Korbssystem, dass da so ein riesen, keine Ahnung, ein riesen Eimer, ein riesen Gefäß drin ist, wo dann die Kohle reingepackt wird, hochgezogen wird und dann direkt ausgekippt wird. Und das funktioniert halt wesentlich schneller, als zu sagen, wie hier, Leute. Das ist so ein bisschen retro. Hier fährt man die Lore noch rein, voll mit Kohle. Hier holt man mit einem Korb noch eine Lore hoch. Die Lore fährt hier rein, die Lore dreht sich und dann fällt die Kohle unten auf dem Förderband, um weiter verarbeitet zu werden. Als man diese Skip-Lösung, diese Großgefäß-Förderung noch nicht so kannte, war das eigentlich gang und geben. Und es gab ein paar coole Schachtanlagen, die haben echt einen großen Wagenumlauf und das sieht immer so spektakulär und wie Achterbahn aus. Nur hat man hinterher halt gesagt, okay, das ist nicht mehr wirtschaftlicher und deswegen ist das Ding, glaube ich, auch nicht mehr zuletzt gelaufen. Und wenn die Lampe vielleicht hell genug ist, kann man sehen, dass hier unten, zock, direkt das Band lang geht. Das heißt, das Ding, wo ich jetzt gerade drin stehe, dreht sich um 360 Grad und die Kohle fällt unten durch und wird dann weiterverarbeitet in dem nächsten Bereich. Der Waggon fährt wieder raus, fährt wieder zum Schacht und dann geht es wieder zurück unter Tage. Ganz schön tief da unten, verrückt. Ey, die kriegst du nicht von Hand geschoben. Geil, ne? Die kleinen Materialdinger hier, ey. Zur Garne Arsch. Geh mal hoch da zu diesem Steuerstamm, muss ich mir nochmal angucken. Enttäuschung? Ja. Oh, aber ist geil gedämmt. Oh, ist das schön. Tonstudio. Ja. Hier hat einer richtig geshoppt schon, ne? Hier wollte sich auf jeden Fall ein Andenken mitnehmen. Wenn ihr das hier so anguckt, hat hier auch mal richtig einer gequäumt. Meinst du nachher? Ich habe auch keine Aufzeige. Wie kann denn sein hier? Ich glaube eher, man hat hier den Kabuff zugemacht und dachte sich so geil, hier kannst du qualmen. Boah, das riecht auch hier so. Du hast jetzt hier gesessen, neben dem tollen Poster hier und hast dann da runter geguckt, obwohl du nichts siehst, wirklich rein gar nichts. Und da hast du das Ding hier bewacht, ne? 2016 Kalender, da haben wir hier Schicht im Schacht. So, natürlich. Klar, selbstverständlich. Das ist alles safe gemacht. Also wir dürfen auch nicht verraten, wie wir hier reingekommen sind, sonst rennen die alle wieder hinterher. Und dann geht hier die Luzi, ne? Das Laser-Ding hier. Das ist cool, ne? Das Reflektor. Mhm. Das kam aber nachträglich da dran, glaube ich. Ist das noch aktiv? Ist das noch im Gegenteil? Nee, ich glaube nicht. Du hast jetzt, glaube ich, mit gemessen, was für ein Versatz dieses Gebäude über einen gewissen Zeitraum hat. Natürlich. Oder? Ja. Was kommt jetzt jetzt? Du sagst Alter? Ist der Sascha da? Ist der Sascha da? Ja, ist hier in jedem Arm. Hoppla. Ah, das erste Mal. Das erste Mal, als ich hier reingekommen bin, bin ich durch die Tür hier reingekommen. Und dann bin ich da rüber gelaufen. Und wir kamen doch gerade auch von hier, ne? Wir kamen von da oben. Jetzt muss ich aber da vorne nochmal den Steuerstand angucken. Da muss ich mir nochmal geben. Dieser Geruch ist so heftig. Riechst du den wirklich nicht? Nee, ich hab die Nase voll zu. Boah, das ist so geil, ey. Leider. Das ist geil. Da haben wir eine Leitung hier. Dreh mal so eine Mutter auf. Das hörste. Boah. Hör mal an. Hm, das ist laut. Boah, geil, ey. Was ist das denn? LED? Nein. Ja sicher. Wie, die hat eine LED? Tatsache. Nein. Das will ich sehen jetzt. Das glaub ich nicht. Das hab ich noch nie gesehen. Doch, ist LED? Ja. Wo kann man denn so eine Birne kaufen? Eine LED? Hängen. Guck mal hier, ey. Mir war schon schön der Räuber unterwegs und hat sich nur die Kappen mitgenommen, weil er zu faul war. Da schraubt er lieber, ohne Scheiß, vier von den Dreikantschrauben los anstatt zwei 10er Edelstahlschrauben. Vielleicht war der Kasten zu schwer. Was ist denn daran zu schwer? Was willst du nur mit der Kappe? Der will ich doch schon... Wenn das schon klaue ich alles. Vor allem hier neben hing die Glocke. Hier hing der komplette Steuerkasten. Der ist auch nicht... Doch, da hinten ist der. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Boah, da kommen Erinnerungen hoch. Ich möchte ein Foto haben, Fritz, hier. Fritz. Foto? Er ist geflasht. Von der Kamera. Die Zeit ist am Schwanken. Auch komisch, ne? Warte, beide? Nee, nur das Rechte. Hier als wenn da gerade einer runtergefahren ist. Fritz ist fasziniert. Boah, das war eine Zeit, ey. Ich versuche mich gerade so ein bisschen wieder zu fangen. Um zu gucken, wie das hier damals war. Ha, das ist nochmal klar. Fertig. Ich glaube, dieses Ding habe ich nie gedrückt. Weil ich da total Angst vor hatte. Oder ich habe jetzt gleich wirklich eine Szene für euch, wie ich hier stehe und irgendeine Taste drücke. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber das war dann halt der Platz des Schachthauers. Der hat hier gesessen und dafür gesorgt, auch wenn drüben einer in der Fördermaschine saß, wo quasi dieses große Seil aufgerollt war, hat er immer noch dafür gesorgt, hier das der letzte Go zu geben, ob alles in Ordnung ist. Der Fördermaschine ist drüben. Konnte natürlich nicht genau einschätzen und live sehen, was hier passiert. Auch wenn er eine Kamera hatte. Aber der Schachthauer, der war halt auch immer da. Klar, hinterher konnte man die Maschine auch auf Selbstfahrt stellen. Aber trotzdem musste ja jemand hier sitzen. Qualm bezahlt werden. Die Signaltafel. Nichts mehr da. Verrückt. Ah. Hier geht es Richtung Kaue oder wie? Ja. Geht es da weiter? Probier aus. Ich warte hier. Es geht wieder runter. Und diesmal in Richtung Kaue. Da, wo die Leute sich umgezogen haben. Weil die Arbeiter hatten den Luxus hier. Wenn die Tür auf ist, ist es auf oder zu? Es ist relativ offen auf. Außen. Ist offen. Wow. War das hier mal so? Hm, so halb, ne? Normalerweise gibt es so eine Art Mannschaftsgang bei jeder Zeche. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo man auf der Straße ganz normal durch den Regen zum Schacht laufen muss. Aber hier ist das halt so ein Ding. Relativ sonderbar, dass das unter der Erde geht. Ich habe das einmal im Saarland gesehen. Du ziehst dich um in deiner Umkleide. Ich nenne jetzt die Kaue quasi Umkleide. Du bist in dieser Umkleide drin. Ziehst dich um, ziehst deine Arbeitsklamotten an. Gehst unter der Erde, unter der Straße lang. Und gehst dann direkt zum Schacht. Und fährst dann direkt ein, unter Tage. Was geht da? Weiß ich noch nicht ganz. Das sieht aus wie alles steht unter Wasser. Das ist ja cool. In der Warte sind wir jetzt. Ach. Ja sicher. Ja. 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 Ey, wir können hier. Ja, wir ja. Na? Die ist gut. Die kann noch was, ne? Ja. Mhm. Machst du ja den hier? Nee, das kann schon mal drauf. Ich weiß. Aber es ist schade, ne? Das ist sofort vergammelt, warum man sowas nicht verkauft. Verstehe ich auch nicht. Der Ding ist top. Was ist das für ein Boiler da? Der ist, finde ich auch top. Ist der extra hoch? Der ist extra hoch. Ja, aber guck mal. Und scheiß jetzt mal. Nee, der ist extra hoch. Oh? Für Behinderte? Direkt neben der Industriewaffenschule? Das ist schön. Da liegst du entspannt ein Ei. Ja, komm, ne? Immerhin weiß ich auf jeden Fall jetzt, wo diese Scheiß-Tür unten oder Treppe hingeht. Warum hier Wasser steht besser hoch? Oh, ging das da noch nicht? Das weiß man auch nicht. Weiß ich nicht. Da steht auch noch nicht. Nee, da ist alles unter Wasser. Das nimmst du nicht mehr drauf. Das geht auch. Ja, aber das ist Wasser, ne? Top. So, weiter geht's. Hier war ich noch nicht. Jetzt ist er wieder da. Schlüsselstube. Oh. Schlüssel. Arsch viele Schlüssel für die Spinde. Noch mehr. Wahnsinn. Okay, Leute. Wir sind jetzt in der... Ich hätte jetzt fast gesagt Lampenstube. Ist es aber nicht. Ich weiß nicht, was das ist, tatsächlich. Lager ist hier auf jeden Fall. Ein kleines bisschen. Ersatzteile für IEM 220. Selbstretter? Boah, Wagenersatzteile. Das ist schwierig. Keine Ahnung. Revision. Nachrichtentechnik. Unterverteilung rausgerissen. Wir haben alles gemacht hier. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war da noch so ein Ding für... Hast du noch mal eben so ein Ding für mich, Peter? Ich weiß das nicht. Also das kenne ich so nicht, dass man hier mittendrin auf dem Weg... Aber es gibt Zuschauer, die gerade hier gearbeitet haben und bestimmt wissen, was hier passiert ist. Ihr braucht überhaupt nicht die Mautbus-Ausgabe. Das ist auch super. Ja, zur heimischen Steinkohle. Ja, mit dem Ding hatte ich auch meine persönlichen Erfahrungen gesammelt hier mit dem Durchgang. Du konntest ja hier eigentlich nur durchgehen, wenn du eine gültige Einzahl hattest. Genau. Hattest du keine gültige, hat das Ding angefangen zu piepen. Ich meine, hier waren früher so Abseilgeschirre. Die waren festgemacht mit Dingsbums hier, mit Schloss. Heftig, ne? Kennen wir die Müller einmal? Die sind geil, ne? Ja, super. Schön sind die. Das ist mit den Kabeln hier eigentlich, oder? Das kannst du jetzt lesen. Zuläftungskabel statt, steht unter Spannung. Aha. Aha, aha, aha. Ja, geht die Tür auf, stehen wir in der Stadt. Ich lasse das einfach unkommentiert hier stehen. Okay Leute, ich lüfte das Geheimnis. Ich sag euch jetzt, was hinter dieser Tür ist. Ich bin damals drinnen da dritten gewesen und konnte nicht hier rein. Weil die Tür abgeschlossen ist. Aber ich kann euch sagen, in dem Bereich hier früher, die Lampenstube. Wirklich spektakulär. Hat man aber komplett zurückgebaut. Überall Trennwände rein. Ich meine, ihr könnt das auch sehen. Der Sattel mal das Mauerwerk gesetzt. Da ist rein gar nichts mehr. Da sind einfach nur Lagerräume von Akten völlig sinnfrei da einzusteigen. Man sieht keine wirkliche Kultur mehr, wo man sich in Sachen Lost Places interessieren könnte. Ja. Dieser Mann ist für deine Sicherheit verantwortet. Ja. Ist so ein Spruch mal Zeche. Deswegen der Spiegel. Genau. Ich guck nochmal, was ist hier denn? Hier, das ist auch ganz wichtig. Ich lass das Bild jetzt nicht mal so stehen, Flor, was könnte hier gewesen sein? Nein. Ähm. Ist wahr? Nein. Ja, bei mir. Es ist eine Getränke aufgeführt. Genau. Du bist hier mit einem Eimer hingegangen. Beziehungsweise mit so einem 5-Liter-Kalister. Ja komm, ich würd sagen, das war das. Was sind das für Leitungen? Die sind neu. Hundertprozentig. Das Ding ist neu. Und das sind Schachtleitungen. Also Kommunikationsleitungen. Die sind neu. Das ist komplett neu. Das kenn ich nicht. Guck mal da lang. Ja. Aha, das ist der Raum da drüben, ne? Ja, ja. Ja, dann musst du da hin. Ach ja, das geht. Das geht? Ja. Ja, das geht. Das geht auch. Die Tür. Oh, Alter. Was ist das? Warte, guck mir jetzt mal hier an. Okay. Was gibt es denn hier? Lüftung? Ah, hier. Die Leitungen gehen hoch. Die Leitungen gehen hoch. Wollt ich mal kurz heran? Heizung? Heizung. Okay. Aber hier. Ja, das wird spannend hier noch, glaub ich. Gut, das geht auch noch mal hoch. Komm mal drauf. Hoppla. Hey. Die geht aber raus und weg. Ne, die geht wieder in den Boden rein. Das kam aber alles nachträglich. Leute. Die Kommunikationsleitung für den Schacht wurde nachträglich noch mal hier installiert und geht dann runter und geht dann... Ne, guck mal hin. Hm. Das war's. Man hat die totgelegt, die Dinger. Schade. Messgeräte noch. Wie würde ich sagen, das sind Messgeräte, oder? Ich weiß nicht, wo das ist. Wartenraum, guck mal da. So war die Warte aufgebaut mal. Ach. Geil, ne? Das ist gut. Das war die Steuer, stand von der Warte hier. Leute, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch mit diesem kleinen, aber feinen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr den Kanal auch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Mal wieder ein bisschen Blaulicht wird Mittwoch kommen. Diese Woche war ein bisschen stressig, aber ich hoffe, ihr habt jetzt ein schönes Wochenende. Kuschelt euch weiterhin und geht schlafen. Tschüss.